Effekte und Klangbearbeitungen können wir direkt in der Box vornehmen und das bearbeitete Signal dann über die Firewire Returns weiterschicken. Dafür wählen wir im Kanalzug eines der Presets aus oder eine unserer eigenen Voreinstellungen. Ich kann auch das unbearbeitete Signal über Firewire Returns, also Pre und Post, weiterschicken und getrennt aufnehmen. Das gleiche auch auf der Ausgangsseite. Dort kann ich das Signal noch multiplizieren für einen Monitorausgang zum Beispiel und dort auch noch Effekte verwenden.